So, da sind wir wieder. Es ist wieder Zeit für ein neues Video. Touristenfahrten, mindestens zwei gute Szenen vom Schwedenkreuz sind mit dabei. Schwedenkreuz wurde den ganzen Tag gefilmt, dann noch so ein bisschen mit der Hand noch Fuchshörer. So, da sind wir wieder. Mein Lieblingsfahrzeug des Tages, dieser unscheinbare Einser mit dem Breitbau wie die Racingfahrzeuge aus der VLN. So, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020